Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ja, ich habe letztens ein Video gepostet, wo ich mein Dorf verloren habe, beziehungsweise gelöscht habe, also gelöscht worden ist. Aber mein Dorf ist hier, Leute, ja, ich habe es vor knapp zwei Stunden bekommen, also ich habe letztens ein Video gepostet, wo ich mein Dorf verloren habe, also beziehungsweise gelöscht hat worden, aber das ist nicht passiert, ich habe gleich einen kleinen Support geschrieben, nachgeschrieben und innerhalb von einer halben Stunde haben sie zurückgeschrieben und mir also Fragen gestellt, kleinen Namen, wie ich mein Kontoname, alles mögliche, was die interessiert, ich habe auf alles angeantwortet gegeben, sorry, aber ja, ich habe mein Dorf zurück, die haben ja dann von innerhalb von zwei Minuten, als ich nachher geschickt habe, zwei Minuten haben sie sofort zurückgeschrieben, das finde ich mega krass von Rockstar, also Rockstar, von Gitar, Crash of Clansupport, das ist mega geil und die haben ja eine IP-Adresse, sowie ein, man kann sagen, Code geschickt und dann musste ich hier, die haben ja alles, also gezeigt, geschrieben, was ich machen sollte, auf Gerät verbinden, das ist das neue Gerät und ich habe da diesen Code hier, ja Verbindungscode, hier angegeben und mein Dorf ist zurückgekommen, das ist mega cool und ich habe mich sofort mit Facebook verbunden, alles mögliche, dass das nicht wieder passiert, und, boah, ich bin so happy, aber Leute, auf jeden Fall kommen auch Videos von Clash of Clans, Update musste, musste ja gestern kommen, aber ich weiß nicht warum, nicht heute auch, aber ich weiß auch nicht wann Update kommt, aber es kann sein dass morgen warum man kaum aber diese woche auf jeden fall bis freitag an bis freitag ist habt ihr da bestimmt ja leute das wollte wir hätten jetzt angriffen aber meine trüben sind nicht fertig das wollte ich nur sagen also dass ich mein dorf wieder zurück habe und dass ich mega happy bin und mich sehr freut das glaubt mir nicht leute und ja danke für sich an abonniert bitte meinen kanal und soll dass ich in die letzten zwei tage inaktiv war also ich war nicht aktiv ich habe nur ein intro gepostet aber jetzt kommen auch wie das ich wollte ich habe mal mein kraft book edition video vorbereitet für euch habe was geiles gemacht ich wollte dass das wieder heute kommt aber ich habe mich beschäftigt und mein dorf zu bekommen aber das habe ich auch geschafft mit erfolg morgen kommt das minecraft video auf jeden fall abschicken zwischen 15 uhr kommt das video minecraft video morgen kommt auch gleiches video und danke für euch zuschauen leute lasst ein abo da ein daumen nach oben und tschüss so